ich bin wieder mal zurück ja mann ich war lange weg ich glaube zwei oder drei wochen fast ein monat alter weil ich bin umgezogen actually alter und ja ich bin happy ich hoffe es halt nicht so sehr weil hier noch nicht alles so steht wie es mir wünsche nichtsdestotrotz ich würde sagen wir jumpen einfach direkt da rein wo wir zuletzt vor fast einen monat aufgehört haben mann und zwar wo du platz eins ganz genau und wenn ihr es noch nicht getan habt ich lege den like button aboniert meinen kanal falls ihr es aus diversen verkrackten gründen noch nicht getan habt damit wir eine community werden und ich schalte auf jeden fall mein handy auf stumm diesen sinne ich würde nicht lang rumjerken alter wir jumpen direkt ins gameplay mann with some explosions do we show pow pow ok so let's go round number one alter mit pure keine ahnung mann und den end alter let's go alter und ich würd mal sagen ich bin prompt mann don't you know do we show let's go storage town mann okay don't say anything more alter we're flying dahin es bist doch du dinant alter give me some crack pipes that you smoked before and und ja ich sag's euch also falls ich irgendwann mal legen sollte oder so dann muss man echt an der an deutschland oder an die gesellschaft das ist auf jeden fall nicht mehr alter was ist los mit dir mann willst du jemand kurz ich dachte dir mann hilft mir mann zivilcourage mann pack die rumänen kam an pium dann pop smoker live alegemann uh 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 okay fallos wie ein alter wir legen uns hin ich kann mich halt nach rechts verfiächt mann ich war in diesem verdoppten wocht stein okay okay das ist eine das ist ein anderes level an crack pipe smogen wenn man sich hier soll man blende hier zufügt man hat 93 die stacks liegen aber auch um mit dem kommen wir kommen aber nicht weiter okay das war das war das alte mit fadetti takashi und beefy hey takashi man what to do man hey man what's up what you gonna do bro when you go for you vish wash main let's go to hospital all done you know what i mean man beefy let's do this come on fellas hospital man it's the place to be visual main okay the internet is very crazy man the top notch and the mountain notch fish okay let's go let's go hey man what the fuck man i'm alone in this bitch okay beefy cinema is here why is so crazy name man why beefy cinema man why what bro this is okay anyways man kein bock auf euch alda dies lenkt mich bissel ab wie ich ja man ich bin wieder back nach fast monat man i'm so sorry und so 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 forth alda ich bin wie gesagt umgezogen war definitiv zeit meine internetverbindungen beziehungsweise im internet generell war auch mit unter ein wichtiger grund war bei meiner letzten clip zu zocken zu weise die gameplays aufzunehmen war quasi unmöglich man oder zu streamen oder ähnliches halt und das habe ich dann immer mit mühe und not immer so gemacht und das war auf jeden fall nicht das was ich mir vorgestellt hab versteht ihr und nichtsdestotrotz sind wir jetzt aber in einer viel geileren clip alda mit einem viel viel geileren internet video und ja ich habe so mit abstand so das meiste ausgereizt was gerade aktuell geht was ist denn da los alda vorratskiste scheiße ich habe keine gelbe zugangskarte man geht auch eine verkrackte pokémonkarte oder something steh mal kurz rein was ist hier los alter und ich drück noch so drauf an ok ok wow paar zombies hier am exibieren wow let's kill some zombies wich irgendjemand irgendjemand wow das ist ja das ist ja richtig schwer oh mein quanto oh mein oh nein oh die ich bin hat mich jemand mit so einer hoher kαιner an ich bin ich bin weg ich bin weg nee nee fünf zombies habe ich auf jeden fall hier zur stre выпол standard aber an so der beefy der kamer hier kurz wir helfen das jetzt können wir die irgendwie mal ok 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 die kommen immer von hinten also wir euch schön die mal kurz außer dann wieder und da ist einer ok gula die zweite hier ist man nicht von bordschneiden was sind wir gemacht hey biviala kommand hol mich zurück du weh ich jo ok biviert 46 das ist auf jeden fall ein biviert kontostand den du hier vorweisen kannst deswegen hol mich mal leunix wieder her fleischig wieder ins leben oder wie ich was ich bin oh der biviala ey wir schaffen es mit zu dorst die anderen pisse haben sich mal wieder verpisst an der anyways man ey fellas und falls ich noch nicht getan hat man erste link in der beschreibung man twitch link du wischö community stream mit sein dabei sein und high sein und high sein ok hol mich rein hauptsache ich bin wieder drinnen ich hole dich wieder zurück ich brauche alles der sieg ruht auf deiner schulter bis ein biviert ich hole in deinem namen dich wieder zurück auf jeden fall alter auf jeden fall das bin ich dich schuldig man wegen dir bin ich wieder da alter das bin ich mein deswegen baußen wir erste mission ist wie viel wir zurückholen wir im 25 das ist schon mal nicht schlecht und der bruder hat sich gedacht jetzt werde ich auch noch gefolgt man guck mal ich finde die wort man die haben die haben es gegen uns man die haben gegen players aber hate the game man nicht die play ist wie ich ich habe irgendwie das gefühl dass ich gejagt werde man das schaffen wir man gibt es hier so ein erstes eg or something man muss hier irgendwas hier verkrackt noch mal hier machen oder so komm mal hier hoch man mit dem wir steckt die leiter hoch und jemand aufgoldet mich an der was war das klar klar sagt 45 an wir versorgungsstation voraus auf die karte ist also was los kann nichts machen ich kann nichts machen das sollte die folge sein wo ich wieder back ins game steppe alter wenn es euch irgendwie gefallen hat dann lasst es mich wissen mit einem like mit einem abo abonniert den twitch kanal von mir erster link in der beschreibung in diesem sinne abonniere